Es ist 16.36 Uhr, sie macht gerade mein Make-up-Performance heute von Gentour. Ich brauche Mr. Autos. Hey Leute, wir sind bei Getting Ready for Family and Friends United Gen 2 Performance. Und wir sehen Kati.Chenk auf Instagram. Macht gerade Seljon. Was macht ihr? Ölal! Ölal! Spanke, Schiffen, 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 Hände und Schiffen. Hände auf die Hände und sie schui. Ich bin langsam. Vielleicht mit den Jungs, was ist passiert usw. Das ist einfach von uns gezeigt. Hier nur kurz ein AAH! Also kein AAH! Wie fing das Stück? Bombe! Extrem athletisches Stück, extrem anstrengend. Aber wenn man es gut macht, sieht es einfach crazy aus. Die Details und Lines waren ein bisschen schwierig, es war ein bisschen was Neues. Aber ich habe es dann eh geschafft. Es war schon eher so mein Stil, deswegen habe ich mir schon eher leicht getan. Die Liederschaft von den Coaches? Sehr gut, es gab viele Abstands. Es war ein Rollercoaster. Aber im Großen und Ganzen sehr gut. Zum Glück haben wir zwei Coaches. Ich bin sehr dankbar, dass wir so kompetente Coaches haben. Das machst du? Und ja, sie geben uns alles. Und wie machst du? Ja. Ich bin froh. Danke. Dankeschön. Danke. Ich habe gesagt, er hat auf jeden Fall zu treffen können. Sie haben zum nächsten Malts Falseasa. Ich ihm zuerst die Fl FDA ges Kardchnischen. Wieso ist das Zoe Snappier? Sie haben auch linha cameras Quietos unlike, er weiß ich. Ihr habt immer einen Kronischen eigentlich, es war einen Lieblings-Heart delivered. War einen Kronischen. Hallo! Ich bin für Anfang der Presidente. Meine Rolle als Coach, ich würde sagen, ich habe versucht, die United Students auf eine gute Richtung zu bringen, tänzerisch und persönlich, ja. Was ich als Motivator sehen kann, sind die Students selber. Die geben mir immer einen Push. Genauso wie der Brian, der gibt mir auch immer einen Push. Auch von Patrick, auch von Jeric. Das sind eigentlich so meine Motivatoren, wo ich meine Motivation herhole. Meine Vision mit diesem Stück war es eigentlich meinen Stil, den Students so weit wie möglich beizubringen, sich auch von dem inspirieren lassen können. Und we are United Gen 2. Das wollte ich eigentlich übermitteln mit dem Stück und ich hoffe, das ist auch so angekommen. Ich habe es als Coach gefunden. Es ist definitiv schwierig. Ja. Ich habe es als Coach gefunden. In so einer großen Konstellation gibt es sehr viele verschiedene Persönlichkeiten, sehr verschiedene Vorlieben und Styles. Und wir haben natürlich auch Visionen und sie haben ihre Vorstellungen. Und da sich mal in der Mitte zu treffen, ist glaube ich die größte Challenge. Und ich würde sagen, wirklich, wirklich sehr, sehr humbling. Motivation habe ich bekommen, ja, hauptsächlich von den Students, ja, von den Uniteds. Egal, wie sehr wir uns manchmal hassen, sehe ich dann trotzdem das Endresultat und im Endeffekt arbeiten wir immer sehr gut zusammen. Und außerdem auch von Patrick, ja, von meinem Coaches Team, von meinen Co-Coaches und natürlich auch zu Hause. Also der Support von zu Hause und von den Students und ja, generell vom Team. Ganz ehrlich, wir wollten einfach nur die Vielseitigkeit dieser Truppe zeigen. Ja, ich glaube, das war unser größtes Ziel, dass für jeden was dabei ist. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut getroffen. Und die Hauptvision normal jetzt, würde ich einmal sagen, für diese Season ist, einander zu sehen, wirklich zu sehen. Die Students, aber auch die Coaches sich gegenseitig. Ich glaube, wir haben da was sehr, sehr cooles geschaffen. Die Dynamik unter United ist mit heutigem Stande eine sehr, sehr gute. Und ich glaube einfach, dass unsere Side-Events, die Partys außerhalb des Studios oder das ganze Get-Together sie sehr gut zusammengeschweißt hat. Aber auch die offenen Gespräche, die wir haben, die persönlichen Gespräche, die wir haben, dass das alles auch nutzt. Und ich glaube auch, dass da immer Luft nach oben ist. Und ja. Das Wochenende war ohnehin schon ein sehr, sehr gutes. By the way, ich bin vollgestürzt beim Scooter in Polen. Somit habe ich das mitgenommen. Tänzerisch waren alle vor Ort on point, muss man schon sagen. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall mit unserem Schlachtplan eine Ruhe draufgelegt haben. Und zwar haben wir diverse Moons einfach in unser Piece reingehaut. Und wir sind eigentlich mit den Gedanken rübergefahren, dabei sein ist alles. Und ich freue mich über das Ergebnis umso mehr. Wir haben es im Flieger erfahren auf den Weg zurück. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Es ist auf jeden Fall so, dass wir uns bemühen, auch nach L.A. zu kommen, zu der Großmeisterschaft. Aber es ist alles verbunden natürlich mit viel Money. Und ja, let's see. Auf jeden Fall sind wir sehr, sehr happy darüber. Ich stelle es mir groß vor, nachdem ich sehr, sehr viele Ideen noch im Kopf habe, die ich auf jeden Fall noch realisieren will. Und ich freue mich auf weitere, weitere Tanzmomente und weitere, weitere Classes. Und aber auch freue ich mich auf die neuen Generationen und die neuen Skills. Und ja, kann es kaum erwarten auf die Zukunftsmusik. Vielen Dank. Das war's. ARD Text im Auftrag von Funk